Willkommen im Puls gegen die Welt. Wir verlieren wieder. Nein, das Ding ist, es gibt keine Loserrunden von uns online, weil ich die Videos immer weggekloppt habe, wenn wir verloren haben. Was ja erst einmal passiert ist. Das müssen wir dazu sagen. Pssst. Ja, da waren wir alle betrunken. Alle. Jeder war betrunken. Alle von Eissee. Die, 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 die. Oh, da spielen wir auch echt Das 2. Das kann nicht wahr sein. Ist das nicht dein Knopf? Ich bin nicht so der Freund von Das 2. Oh, da kommen ja schon welche von der Seite. Heftig, ne? Will die abgehen. Heftig. Ja. Oh. Aufwärmrunde ist immer gut. Irgendwie empfinde ich das Spiel als so extrem laut. Das sind Tschechen. Das sind deutsche Tschechen. Wir kriegen voll auf die Fresse von deutschen Tschechen. Wir müssen aufpassen. Deutsche Tschechen? Ja, steht da. D-E-C-A. Boah. Also D-E-Tschech. Es macht gar keinen Spaß mehr vom Sworn weg zu laufen. Mhm. Headshotgun. Okay. Wie teilen wir uns auf? Also ich gehe A. Du gehst A? Dann bleibe ich mit dir A. Aber wir sind... Ah, ne. Wir müssen uns aufteilen. Ja, ja. Oh, komm, wir nehmen mal BV, Alter. Bumsverkehr. Let's go. A, G, A, B. Jo. Das ist gut. Dann gehe ich in die Muchte. Oh, wer kommt denn hier mit mir? Juni. Komm, 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 komm. In der Muchte drin. Ich gehe hinten lang und versuche sie von hinten zu fisten. Na, Muchte habe ich einen. Der hat geidet. Alter. Hinten einer weg. Da ist noch einer in der Muchte. Verdammt. Hillbilly, noch einer in der Muchte. Sauber. Alter, sauber. Boah, Alter, wie gehst du ab, Hillbilly? Was ist mit dir los? Pistolenrunde ist seine Runde, Mann. Pistolenrunde ist seine Runde. Ja. Ein Schuss. So. Ich habe 26 auf dem Tacho stehen. Da muss noch ordentlich was passieren bei meiner Knarre. Soll ich Akkords machen, Herr Lunke? Nö, mache ich die ganze Zeit hier. Ach so, ich dachte, dass du erlangt machst. Oh. Nö. Flash auf lang. Ich mache hier beides, quasi. Flash auf lang. Ja, wir waren immer auf dem Spot. Einer Muchte drin ist angeschossen. Wie seriös ist das hier, Alter? Oh, oh, oh. Da sind aber ordentlich Leute. Ja, lass doch mal kommen. Ja, ich gucke Akkords. Sind nur noch zwei. Boah. Dann kann ich auch... Oh, jetzt will ich auch mitschießen. Okay, und was wollen wir wetten, dass sie jetzt auf B rennen? Das machen die 100 Pro, oder? Glaube ich auch. Die haben jetzt zweimal A versucht. Ich gehe trotzdem A, ja? Ich gehe Cutters. Bazille ist online. Okay, B. Jetzt haben sie richtige Waffen, jetzt gehen sie ab. Pass auf. Cutters. Oh, yes. Cutters unten, kommt raus. Oh, er flasht mich da, Alter. Von euch verrückten Typen. Okay, Bombe liegt oben. Einer noch. AFK-Scheibe. AFK ist der Typ. Oh, den holt sich hier der Maverick. Nee, ich glaube Juni ist schneller, oder? Komm schon, Juni. Ich gebe alles, Juni. Jawoll. Oh, perfekt. Alex, dein Letterer hat fünf Gegenstände gekauft. Juni, warum gehst du auf einmal so ab? Na, keine Ahnung. Weißt du, ich sehe alle bunt. Alter, Cheater. Na, er denkt, du weißt dann. Kurze Pimmel, gell? Ich gehe mit da hoch. Das ist mir alles hier zu blöde. Komm, A. Komm, A kurz. Bombe kommt jedenfalls, A kurz. Ah, lang jetzt. Was jetzt? Ah, scheiße, er... Zwei, noch mal... Ah, guckst. Jo, Akku hat's jetzt. Hallo? Ah, ja. Bombe hat's been planted. Eine Maverick, der reißt das. Pass auf. Da liegt der Juni. Sag mal, ist das ein Bot, oder wie... Was ist mit dem los? Ich sag nicht, der will seine AKs safen. Oha, das war Wallhack. Ah, guck mal, der weiß immer genau, wo die stehen, ne? Dem traue ich ja nicht so. Oh. Hebeli hat also Kohle. Hebeli hat richtig dick was stecken. Juni mit 10 Kills hat aber auch genug Geld, wa? Was sagt er? Mit deinen 10 Kills heißt aber auch genug Geld. Ah, lang ist free, wa? Grenade out. Freunde, genade. Oh, hier ist Action. Oh, hier ist Action. Sag ich euch. Wo? Ich hab auf jeden Fall ne Gratiswaffe von Juni gekriegt. Ja, kurz zuführen. Jo, ich komme, ich komme zurück. Boah, stirb doch. Ne. Auf den A-Spot. Ne, Billi, ne Ecke. Pass auf, der hat noch aneine Aave, glaube ich, ne? Hebeli, der letzte hinten in der Ecke. Yeah, entschärfen. Das war's, das war's, entschärfen. Bring mir eine Aave mit. Diffusing-gebomb. Er hat keinen Diffuse-Kit gekauft. Nein, er hat so viel Kohle gehabt, ne? Ey, Jungs, wie oft noch? Coole Typen brauchen keinen Entschärfen. Schnell, such die Aave, such die Aave, such die Aave. Ne, ist's, ne? Ne, ist's los. Das war der, glaube ich, in der Ecke. Ah, ich kaufe mir einfach wieder eine. Scheiß auf Rüstung. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich mir eine kaufe. Ich gehe mal kurz, sagt er. Ja, auf den Pot, oder? Dann gehe ich mit Juni mit zur B. Ja, gut, dann kann ich mich hier auf Landkoste entdecken. Pass auf, Juni, dann bin ich immer dein Wingman, okay? Ich bin immer dein Wingman. Dann gehen wir mal kurz. Wehe nix. Also macht euch breit. Fuckt er schon. Lange ist nix. Dann chillen die irgendwo. Wir sind am Spawn schon durch, wenn können sie nur kurz sein. Hä? Wir sind am Spawn schon durch, wenn können sie nur kurz sein. B, äh, B in jeden Fall. Sind die B durch, oder was? Nein, dann sind die unten durch die Mitte gelaufen, Juni. Ah, warum treffe ich denn nix? Oh, stirb doch. Direkt an der Bombe. Hopp. Wer hat mich da so elendig geblockt? Ah. Geht hoch. Geht hoch. Geht hoch. Ah, wir sind schon wieder weg. Versteck dich hier, Billy, versteck dich. Sehr gut. So, hey, Billy, kaufst du jetzt mal dem Halunken ne Awe? Oh, komm, ich kauf dir eine. Oh, ne, reicht nicht mehr für mich. Ich brauche eure Almosen nicht. Ich kauf mir jetzt, ich kauf mir jetzt ne Bison-Strahlungsarm. Bison-Strahlungsarm? Ja, das wäre Skin-Bee-Liefer-Sack. Let's go. Au. Oh, das war Bot-Walt. Verdammt. Wo? Äh, in der Mitte. Okay. Oh, was war das? Verlöck mich. Juni, links von dir. Ja, komm, Alter. Alle kriegen's. Alter, der wird ganz schön ausgeräuchert, der arme Junge. Alter, der ist in Rage, Alter. Oh, schade. Oh, ne, echt, ey. Großartig. Großes Tennis, Alter. Ohne Scheiß, das war geil. So, jetzt hier Headshotgun. Alles andere ist egal. Hat einer irgendwas für mich? Nee, ne? Kannst du ne Uspa haben. Ich kann dir ne Nova geben, Alter, wenn du willst. Au. Nee, lass mal. Ich schnurr mir auch, Movas. Na kurz ist gar keiner jetzt. Na lang ist nix. Kurz, 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 kommt. Ah, Alter. Ich gewinne ja keinen Blumenpott hier. Was hat's denn für ne Waffe? Äh, P-250. Oh, schon, nein. Ah. Hätt man das gewusst, ne? Alle auf B, oder was sind die? Ja, ich glaube... Oh! Nichts gesehen. Ich hab da eine Awe. Willst du eine Awe, Halunkel? Ja, auch die verliere ich dann. Schmeiß du mir was Schönes? Was denn? M4? Ja, reicht mir. Ach, das ist ja nur die 20er M4. Mit der kann ich gar nicht so gut. Ich muss bratzen. Alle gehen auf A. Ja. Erlangt noch nichts. Oh, klar, wer flasht mich, der wird schon wieder auf dem Leuchhund. Mitte durch. Mann. Dann geh ich Doppeltüren durch. B, B, B ist hin. Auf jeden Fall einer. Ich geh nochmal so flasht, ich bin hier dann. B, 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 B. Warum lieg ich noch nicht? Alter. Heute gewinne ich auch keinen Blumentopf, ey. Was ist das? Wieder noch einer. Das macht ihr noch fertig. Felix. Alter. Läuft aber mit der Aave langsam bei dir, ne? Ja, jetzt gerade irgendwie noch nicht, aber auf Inferno eben. Drei AWP schreibt er, was? Let's get this over with. Warum drei AWP? Ach, du machst ja lang. Pass auf, dann lass mich kurz machen. Mit der Aave. Gehst du, machst du lang und ich geh zu kurz. So, ich muss gerade so einen Böller hinschmeißen. Ja, schmeiß doch mal. Lang kommt was. Ja. Sag mal, wenn sie nah genug kommen. Nein, das ist frei. Hi, Ponne. Sie kommen nicht nah genug. In der Grube. Wurde. Ich seh nichts, ich seh nichts. Einer noch. Double Doors. Aber Bomme liegt hier. Oh, perfekt. Bratzi Vendetta. Alter, ich hab erst eine 29 auf meiner Knarre stehen. 30 muss da heute noch stehen. Ein Kill noch. Das motiviert. Ungemein, weißt du? So ein Stat-Ding. Bevor du wieder schön, wie viel du jedes Mal springst. Ich? Hm. Ja, ich bin Vani Hopp. B. Delaubi. Komme Cutters. Drei Leute auf jeden Fall. B. Machen wir doch zusammen, Alex, es geht doch besser Ah, ich will Bumm, die ist hochgegangen, Alter, Rauchvergiftung Hoffentlich, hoffentlich richtige Rauchvergiftung, der verdient, ey Wäre Halunke, oder was? Ja, ich will nur Schimmelpilz Wann machst du nächste Runde mit? Steht jetzt 8-3 für uns 8-3? Oh, hier kommt was Ich bin ein Muchte Akkords Akkords kommt Ist schon angefickt Braucht nur noch eine Nate Ja, oder auch so Bumm Gut gemacht, Halunke Ja Mitte kommt noch einer Aber Der ist Kommt, glaube ich, zu Akkords hoch Nee, Mitte CT-Spawn Zwei Stück Jetzt noch nicht so Doch, doch, da Da, da, da Sehr gut Alter, da warst du gar nicht drauf, Mann Braucht man bei dem Spiel nicht Der letzte ist zu B, glaube ich Jo Juni ist schon da Juni ist schon da Komm, mach die so fährt, Juni Jetzt, los, los, Juni Juni, Juni, er ist blind Geh weg, ey Ja, komm, der Geh weg, ey Geh weg, ey Geh weg, ey Boah, brecher Ey, ich hab heute einen neuen Bürostuhl gekauft, ne Ich hab das Gefühl, ich rutsch immer von dem runter, weil der so ergonomisch nach vorne scheiße geformt ist So ne Kacke Jetzt kannst du, Halunke, wenn du mal hier bist, auch mal auf einem edlen Bürostuhl sitzen Das sind deine Brüste Das sind meine Brüste? Die ziehen nach vorne? Ja Walla Walla Was für ne Scheiße erzählst du? Oh ne, jetzt hab ich Kopfkino, jetzt hör auf Die haben meine Brüste immer gefallen Walla 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 Da kommt einer Hinter der blauen Giste Kurz ist nichts Aber Mitte geht irgendwas Alang, 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 Alang Bombe liegt Verdammt Doppeltüren Double Doors Double Doors Der ist noch in den Double Doors Dings, Billy Dings Naja Chillt mal ein bisschen Auch Vergiftung, ne Halunke Du hast aber auch ein Arschwasser Wie heißt das? Jawoll Maverick Ja klar, mach mal Heck aus, Digga Oh, ich hab kein Geld Kein Geld Wollst du was? Wollst du was? Was? Ich hab ne Arfe, Mann Ich auch Ich geh Mitte Dafür halt keine Rüstung Ich wollte jetzt auch mal Arfe schießen, ey Ich treff hier so wenig Juni geht mir voll auf den Sack mit seinen 16 Kills Mach überhaupt nichts Oh 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 Ich hab ihn zweimal gesehen Oh, da geht's rein Kurz, kurz, kurz Alter Das gibt's nicht Jetzt Das war ein Bot Der hat mich aber verarscht Von B Von B oben hat einer runtergeschossen Geh halt weg noch Alter Endlich Alter, der Maverick hat's echt drauf Alter noch, Kant aus, Kant aus läuft Richtung B raus Alter, der Lunke Ich lass das Ich spiel einfach nicht mehr mit euch Guck dir das mal an Was sind das für verfickte Stats? Mach ich nicht mehr mit hier Nehm ich jetzt Headshotgun So Da 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 di da Ah ja, die deutschen Tschechen Let's get this done Lächerlich Was ist denn das jetzt gewesen, Alter? Also B kommt nichts Ich bin schon hinten auf dem Spot Äh auf dem Spot, auf dem Spawn Auf dem Spawn Ah, Mitte Kommt was Ich bin blatt Und kurz auch Kurz kommt auch schon raus Ja okay, dann sind die alle kurz Weil wir sind lang durch Einer war im Karsos noch drin Ah, der Lunke dauert noch ein bisschen Ja, der Lunke dauert noch ein bisschen Ja, ich bin platt Ja? Aber da ist keiner mehr Alex, du müsst auch noch von hinten dauern, doch komm mal Juni! Oh, ich bin ein Arsch Bist alleine, ne? Was ist los? Was ist das im Schrank, die Typen? Äh, perfekt Da steht sein Bruder Der hat sich ganz schnell geklont, der Penner Wie steht's denn? 11-4 Aber das ist echt nur euch dreien da oben zu ver- Also, Hilbili und ich, wir hätten uns auch einfach in die Ecke setzen können Alter Hilbili, du hast zweimal MVP, fick dich! Das kann doch nicht wahr sein Aber das ist peinlich, ne? Habeh, oder was? Habeh Wirst du mal mit für mein StorAge sagen, aber ja, ja Habeh Hier, Halunke, du hast doch In-Game-Talk an, oder? Dann quatsch doch mit dir Dann sag dem das auch immer 3-B, 3-B All B, please Blind, 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 ich seh nichts, ich seh nichts Boah, cool Hallo Blenden Wer auch immer meine Bombe genommen hat Halunke, du hast die Bombe, oder? Ne Wer ist denn das? Der Matherick Pass auf Katastrophen Was ne eklige Runde Wollen wir wetten, die sagen jetzt das, was wir auch immer sagen Aber es gibt einfach diese Dust-Profis Dagegen kann man nichts machen Ja, grade wir, ne? Heftig wir draußen Nochmal B, oder wat? Ja No Die Wall töten So we will make them cry Der wehrt sich wenigstens nicht 3-B, Jungs, 3-B Wollen wir Mitte runter, oder was? Schnell, schnell, schnell No, no, no Boah, stand ich auf deinem Kopf, ey B ist frei, können die liegen Nee Da ist so ein Terrorist vor den Doppeltüren Nee, nee, da haben wir döden Liegt Ja, zu mir Alter Boah Reiß die Reiß die Reiß die 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 Bombe A, ne? Oh ja Oh Ja, sag ihm das Lang, ne? Ja, sag ihm das Long B Nee, der ist ein Deutscher Long Flaschband Übel Zilex, was ist los? Alter, hab ich den echt noch geholt? Doppeltüre ist einer Kommt durch Doppeltüre, von ihm lebt Ja, ja Geh mal hin Kurz Kurz Kurz, kurz, kurz Bäm, 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 bäm Bäm Ey, ich hab noch keinen MWP-Stahl Mann Ein, ein Ein, einfach nur für das Selbstbewusstsein Äh, wohl Ist ein Bombe Ist egal, oder? B Geh mal hier gucken, ne? Ja Sag ihm das, B, B Der ist bei dir Drei rüber, drei rüber Ja, wollen wir wieder unten runter, Juni? Alles klar Ich hab auch die Bombe übrigens Ist doch gut Ich bin übrigens A, ne? Mit der Bombe Ja, wir sind B, B ist sauber Ha 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 Habe ich gerade aufgeräumt Ha 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 Ja, irgendwo fehlt dann aber noch einer Ne, doch nicht Ja, Entschuldigung, da müssen wir auch sein Ich bin ein Terrorist Nein! Ha 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 Den, den wollte ich sprengen, Mann! Ha 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 Das ist meine So, Porn, der kann sich bereit machen, letzte Runde Ja? Aha Das sagen wir dem Porninski, der gesagt hat, da kann sich ja noch so viel drehen Alter, eure MVP's hab ich hier einmal locker alleine drin, ey Leck mich Ha 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 Alter, ich will nur EIN Jetzt komm, pass auf, bleibt mal alle am Spornen, lasst mich das jetzt mal machen 2 rüber Aufmeral Oh, Juni Juni! Was soll das? Wir wollen dir helfen Einer am Spornen Also auf unserem Stompelst du mit einer durch die Cutters gelaufen Ja, wir sind jetzt schon auf A drauf Ja Boah, heftig Wo war das? Kurz Beide kurz Ja, klick dich bei ihm Der letzte kommt da kurz, 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 wir hatten da auf mich geschossen hier, Billy Was soll das? Grenade Ah, nee, komm, Türe rein, äh, geht jetzt, B-Ruf Wollte ich weg Keiner wie Bies da Agh Egal Hauptsache Spaß, ne Dabei sein ist alles Hat aber gut gerockt Habt doch Spaß Aber gut, das hat man auch selten, dass man gegen so viele Leute aus einem Clan spielt, ne? Ja Also ich meine jetzt aus Sicht der anderen Ja, ist halt bitter, aber So ist das Leben Jo, meine lieben Freunde, das war Impuls gegen die Welt, heute mal wieder gewonnen Wie immer Also, haut rein und bis dann, tschau, tschau Ja Tschau Tschau Tschau